Aua! Aua! Aber er ist auch sehr fett. Vielleicht hilft uns das. Ja, wow. Es hilft halt echt. Nein, da ist er. Wieder auf der anderen Seite. Schleicher im Griff. Er hat uns echt gerade nicht gesehen. Und er ist an dem Stachel verreckt. Acht Silberpfeile und ein Deadrost-Zahn. Ich dachte wirklich, hier wäre nichts mehr, aber offenbar war der halt einfach zu weit weg. Gehen wir mal hier kurz weiter. 46 Gold. Ich glaube, hier ist es, wo wir ihn getroffen haben. 60 Gold. So hat er abgeründet. Zwei kleine Seelenstein mit kleinen Seelen und 52 Gold. Und... 9 Gold. Die Seelenstein benutzen wir gleich. Hier. Für Stab des Eissturms. Hier. Für Stab des Eissturms. War was drin? Nein. So. Jetzt noch mal Bartams Einsicht. Denn jetzt ist doch hoffentlich wirklich keiner mehr da, oder? Nein, jetzt ist wirklich keiner mehr da. Oblivion-Höhle. Speichern wir und gehen da rein. Da hinten ist eine Spinne und da rechts ist dann der drauf. Und da oben ist noch mal eine Spinne. Uh. Ich glaube, der Deadrost wäre jetzt tatsächlich am einfachsten. Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Okay, das ist natürlich praktisch. Drei Silberpfeile und ein Deadrost-Zahn. Wenn etwas Glück ist unser Pfeil hier noch da. Nein, der ist weg. Oder? Äh, naja. Also hier sind noch zwei Pfeile. Aber wir können leider keine nehmen. Schade. Da ist die Spinne. Ich möchte ein Gift haben für die Spinne. Ich möchte ein Gift haben für die Spinne. Schadenmagiker. Mist. Das blöde kleine Viech. Das blöde kleine Viech. Du gehst mir auf die Nerven. Ich möchte einfach noch eins. Du gehst mir auf die Nerven. jetzt hat sich verbessert sehr schön ab gut gemacht leichte rüstung hat sich verbessert was sind jetzt zwei wow okay wir müssen tränke trinken schaden leben soll ich will keinen schaden schockschild das könnte nützlich sein tatsächlich 20 punkte ja machen wir mal und mehr tränke gegen im moment nicht okay da müssen wir abwarten was bist ich bin während dem blocken bin ich irgendwie gelähmt worden verdammt warum hat uns die zweite unten plötzlich gesehen obwohl wir da oben waren und sogar geschlichen sind wo kann ich plötzlich her müssen wir gleich den d dran noch mal ob die höhne zu die schwaden gruft wo sind wir jetzt ah ok also hier geht es eigentlich weiter aber hä das ist plötzlich was anderes als vorhin das ist jetzt blöd das ist ja voll blöd das ist ja plötzlich ein klaren vier da hinten ist glaube ich noch mein klaren vier also ich glaube dadurch dass wir gestorben sind glaubt das spiel hat wir brauchen etwas schwächeres etwas leichteres und hat uns halt jetzt hier eingetan aber ich meine wir haben wir sind hier drin wir haben hatten wir haben hatten den anderen doch schon betreten lang und angefangen wir hatten da sogar schon in der darauf besiegt und dann spawnt es uns einfach in einem neuen gebiet die wir noch nicht mehr betreten hatten das ist ja total blöd also ich würde verstehen wir das nächste dann ein bisschen leicht ist aber dieses hier ein stürmer tonach schock schaden der wirkung wurde widerstanden sehr schön abgründe wir sind hier noch ein paar pfeile sind doch bestimmt noch noch ein paar pfeile da liegen sie alle sehr schön so jetzt wo bin ich hier schützt über gewesen ok naja aber ich dir schon genommen offenbar gibt es noch gegner ist jetzt nicht besser da ist noch einer schade er hat uns da sofort gesehen schützt hat sich verbessert da kommst du dich durch nichts gibt es au ok das gab es und tschau ah Mist aber jetzt nein jetzt ja jetzt so hier liegen viele pfeile da liegen auch noch welche da liegen auch noch welche so gibt es hier noch welche da ist noch einer da auch hm ich glaube das war's hier könnten höchstens vielleicht noch ein zwei sein ich habe daneben gehofft und ich habe ihn ja auch von hier geholt das ist die tür zur oblivion höhle ja mittlerweile so viel willenskraft dass unsere mana sehr schnell wieder regeneriert das gefällt mir da hinten ist noch ein klamm klamm vier hier waren wir schon hier auch also da rechts noch da ist der er sieht uns hier irgendwo häng ich fest silberpeile und eine klan viel klauen sehr schön ich glaube jetzt gibt es hier nichts mehr also keine gegner mehr so irgendwo hier habe ich einen pfeil daneben geschossen der liegt doch hier bestimmt noch irgendwo er könnte auch da rein sein zwei gold also ich will da ja nicht rein ich jetzt den anderen weg zu dieser tür hier nur noch 17 pfeile ist doch gar nicht schwaden gruft so so 1 2 3 gegner sind hier zu sehen davon einer in der nähe holen wir uns den gleich jetzt sieht er uns jetzt sieht er uns nicht mehr geil so wo sind jetzt die ganzen pfeile da ist aber da ist einer ich will einen neuen fall habe ich eine fackeln mehr doch habe ich noch es ist nur keine ausgerüstet so das war es glaube ich mit dem fackeln nein da ist da liegt noch ein äh mit dem mit dem fall meine ich da liegen auch noch welche sehr schön so sind wir noch welche ich glaube nicht dann wieder nach gegner suchen ach da ist noch einer da sind noch zwei das sieht nach einem der drauf und einem klaren bahn aus klar wir und da unten ist auch noch mein klaren vier und da unten ist auch noch mal ein klaren vier mal daneben ich glaube ich nehme ein gift her vielleicht habe ich ja noch ein gutes mühsal das gefällt mir eben ich habe keine pfeile mehr wie ich habe keine pfeile mehr verdammt warum ist hier plötzlich ein zweiter So. Der Kampf hat sich verbessert, das finde ich toll. Warte, eine Harada, na toll. Oh man. Auf einmal haben wir keine Pfeile mehr. Gibt's auch nicht. Und dann ist auch noch der zweite Clan 4 auch noch hier. Ah, wir haben die vier Silberpfeile. So, jetzt müssen wir erstmal heilen. Wo kommt der zweite überhaupt her? Wo sind wir jetzt eigentlich? Ich meine, wir sind da, wie kommt der von, wie kommt der daher? Ich dachte, wir hätten mir jetzt alles abgesucht. Und der SP hat nur noch diesen einen Weg, dachte ich. Hm. Wir waren hier. Und sind hier runter. Und sind wieder zurück. Und der kam einfach von da. Wow. Naja.